Und darüber wollen wir sprechen, hier im Studio mit Professor Ulrich von Allemann. Herzlich willkommen von der Universität Düsseldorf, Politikwissenschaftler. Wenn man das so sieht, die Wirtschaft brummt, es läuft gut, könnte man ja auch ein bisschen flapsig sagen, geht doch auch ohne Regierung. Ja, es gibt ja immer noch eine geschäftsführende Regierung, und zwar von derselben Marke, wie die beiden, die jetzt verhandeln. Nämlich eine große Koalition ist noch geschäftsführend im Amt. Und diese guten Wirtschaftsdaten sind vielleicht nicht ganz ohne Zutun der jetzigen vier Jahre amtierenden Regierung zustande gekommen. Also, es gibt also keinen Grund für die Koalitionäre, die jetzt verhandeln, in Sack und Asche zu gehen. Trotzdem wird immer jetzt erwartet, es muss einen Neuanfang geben, es muss einen Aufbruch geben, es muss was Neues her. Warum eigentlich? Ja, weil viele so frustriert sind, in der SPD besonders, und auch in der Union, wegen des schlechten Wahlergebnisses, dass man sagt, ja, wir müssen da irgendwie aus diesem Quark herauskommen. Das ist aber aus dem Ausland betrachtet, ich beobachte auch immer die Presse international, oft wirklich ganz unverständlich. Denken, also denen geht es doch so gut in Deutschland, die sollten doch froh sein. Denken wir mal an uns hier in Großbritannien, in Frankreich oder in Italien oder in Spanien. Also, das ist tatsächlich eine sehr starke deutsche Befindlichkeit, dass man eher mit einem großen Vergrößerungsglas die Probleme sieht, statt auch die Chancen zu sehen, die wir in der Tat haben, auch für eine neue Regierung hier. Und die Sondierungen jetzt, dass die relativ geräuschlos laufen und vertraulich laufen, das ist eigentlich der Normalfall. So ist es eigentlich immer gewesen bei Sondierungen, bevor man eben dann in die eigentlichen Koalitionsverhandlungen eintritt. Insofern waren damals jetzt vor kurzem noch die Jamaika-Verhandlungen, die waren exotisch und chaotisch, ohne diesem schönen Land zu nahe zu treten. Die waren die Ausnahme. Das hatten wir noch nie vorher gehabt mit langen Papieren. Das gab es gar nicht, sondern man sagte, ein paar Tage lang sondieren wir, ob es überhaupt geht. Generelle Fragen werden diskutiert und dann fangen wir an, Koalitionsverhandlungen im Detail zu führen. Am Ende haben wir einen Koalitionsvertrag von 150 Seiten, wo wir aufschreiben, was wir machen wollen. Welche Signale für eine Erneuerung, für Veränderungen müssten denn Ihrer Meinung nach in diesem Koalitionsvertrag jetzt drinstehen? Also Signale nach innen, weil das Ausland möchte gerne, dass es weitergeht, dass Deutschland weiter ein verlässlicher Partner ist. Aber Sie haben es ja gesagt, im Inland braucht man was Neues. Das sind die großen Problemblöcke, das ist die Außenpolitik, die Europapolitik, das ist die Sozialpolitik, Renten, das ist die Industriepolitik, die Wirtschaftspolitik und das ist die Zuwanderungspolitik, die Bildungspolitik nicht zu vergessen. In allen, am schwierigsten wird wahrscheinlich die Flüchtlings- und Migrationspolitik sein, in allen diesen Fragen regiert diese zwei oder drei Parteien, regieren seit vier Jahren zusammen, haben sich da nicht überworfen, haben keine grundlegenden Konflikte gezeigt und haben die Chance auch, sich jetzt zu einigen. Nur müssen Sie wegen eben der Probleme, weil beide Parteien haben stark Wähler verloren bei der letzten Bundeswahl, Sie müssen jetzt Ihren Wählern was bieten, eine Trophäe bieten, jede der Parteien. Die SPD muss was bieten haben, das haben wir erreicht, um unsere Mitglieder zu überzeugen. Die Union muss ebenfalls etwas bieten und das ist gerade das Problem. Die Union besteht aus zwei Parteien und Sie müssen zwei Verschiedenes bieten. Die CSU eher etwas in Richtung Flüchtlingspolitik, die CDU eher in Richtung Sozialpolitik, Bildungspolitik und das ist das große Problem, an dem auch teilweise mit Jamaika gescheitert ist, dass sie die beiden Unionsparteien jetzt im Augenblick doch so stark auseinandergelebt haben. Sie haben es angedeutet, Flüchtlingspolitik ist und wird in diesen Gesprächen ein großes Thema sein. Gibt es denn aus Ihrer Sicht da überhaupt Möglichkeiten, sich anzunähern, zum Beispiel beim Thema Familiennachzug, das ja das Aktuellste in dieser Diskussion ist? Was man so gehört hat, ist, dass man sich in Bezug auf ein Einwanderungsgesetz einigen will. Und da steht gerade eben das große Interesse der deutschen Wirtschaft dahinter und die Wirtschaft steht natürlich in der Regel eher hinter der Union, dass die Fachkräfte fehlen. Und es müssen einfach Fachkräfte stärker auch aus dem Ausland dazukommen. Wir werden mit unserer niedrigen Geburtenrate diesen Anspruch überhaupt nicht mehr aufrechterhalten können, immer und immer wieder Wirtschaftszusatzleistungen zu erbringen, wie im letzten Jahr jetzt auch, ohne dass wir weitere Fachkräfte einstellen. Und da könnte es am ehesten einen Kompromiss geben und man könnte versuchen, ein heikles Thema mit dem Familiennachzug so ein bisschen auf die lange Bank zu schieben oder ein bisschen zu sagen, ja, das werden wir von Schritt zu Schritt in den nächsten Monaten und den nächsten vier Jahren lösen, um da ein bisschen die Luft aus dem großen Konflikt herauszulassen. Womit Sie ja umgekehrt betrachtet, da durchaus den Rat geben in der Einwanderungspolitik, dass man jetzt den Aufwand betreibt und sich die Mühe macht, die Geflüchteten hier auszubilden, fortzubilden, sich um sie zu kümmern, damit sie anschließend sozusagen zum Wohlstand beitragen. Die Integration ist ein ganz großes Thema und bei der Integration gerade in den Arbeitsmarkt vieler, gerade diese jungen Leute, diese jungen Männer, die im Augenblick immer nur negativ dargestellt werden, als verhaltensauffällig, gerade die sind eine große Chance, wenn die schnell in Bildungsmaßnahmen einbezogen werden, schnell und intensiv Deutsch lernen und die Betriebe, gerade auch die mittelständischen Betriebe, die Handwerksbetriebe, die ringen die Hände nach Arbeitskräften. Wenn das passiert, dann könnten wir da auf einen guten Weg kommen. Sagt der Politikwissenschaftler Professor Ulrich von Allemann. Dankeschön für das Gespräch.